Hallihallo und herzlich Willkommen zu einem Sonder, äh, weiß nicht, Videoaufnahme, Let's Play und so weiter. Kiwi hat jetzt passend zu Weihnachten noch ein Update rausgebracht. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir doch sofort damit loslegen. Ja, weil wir müssen uns jetzt erstmal umziehen. Du willst dich gleich umziehen. Ah ja, wir haben doch... Ja, wir haben genug Tickets. Wir haben... Also, ich hab genug Tickets. Dann muss ich mein Dings wieder aktivieren. Ah, wir haben schon wieder Tausch. Ah, warte mal. Aber das konnte man unter den Einstellungen... Einstellungen, genau. Steuerung. Steuerung? Genau. Korb, mehr Schwere... Gerät wechseln da oben. Glaub ich. Ja, Spiele 1. Spiele 2. So. Hat er das jetzt bestätigt? Ja. Äh, warte mal, wir können ja gucken. Du hast bestimmt... Man hätte nochmal... Nochmal bestätigen müssen. Ei, 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 ei. Immer nur alles... Alles wird bestätigt. So, so. So, ist das jetzt... So, jetzt... Ja. Ich geh jetzt mal davon aus. Ja. Aber jetzt, oder? Ja, jetzt hast du... Meine Güte. Was hab ich denn hier? Also natürlich werde ich mir hier das hier... Aber nur, weil wir für das hier erstmal andere Dinge brauchen für das Gewei. Genau. Wir brauchen mal Herausforderungsmünzen. So, was gab's noch? Äh, Gefiederfarbe. Da gab's... Oh, ja, guck mal. Ah ja, genau. Die rote Nase. Und Gefieder gab's... Es gab auch noch Stoßzähne von... Also, diese... Walross. Ja, Walross, genau. Du meinst... Güte habe ich, Gefiederfarbe. Das hier. Und das gibt's aber auch erst für die... Ähm... Für diese Münzen. Krücken. Gab's für den Krücken auch... Ah ja, guck mal. Also, das war ja schon vom letzten Mal, glaube ich. Das ist vom letzten Mal, ja. Oder schon vom Grund. Ja, also, ja, es ist halt einfach so die Wintergeschichte. Das brauchen wir irgendwie... Dieses eine Ding brauchen wir das nicht für irgendwas. Ja, aber ich dachte, wir hätten... Ja, das... Das ist ja schon gekauft gehabt. Ja, ja. Oder war das nur... Weil sich das das Einer sozusagen braucht? Könnte natürlich auch sein. Aber dann setze ich mir den doch hier hinten. Oder war das... Oder war das dann halt sowas hier? Ja, das ist das Ding. Irgendwie... Ich... Ich... Ich habe echt keinen Plan. So, Schuhwerk. Ja, weil der Sonne... Hab ich überhaupt irgendwas? Wenn nicht, ziehe ich mir diese... Elfen... Willst du dir die Elfenschuhe anziehen? Genau. Wow. Bist du super... Äh, Frisur? Weiß nicht, ob es da irgendwas... Gibt es ja. Aber ich glaube, ich will ohne Frisur. Ja, muss ja nicht. Arme... Brauche ich, glaube ich, nicht. Das kriegt man ja erst. Ähm... Du hast dich, glaube ich... Ich habe nix... Du hast gar nix... Nix, gar nix. Du bist doch so ein Weihnachtsmuffel. Weihnachtsmuffel... Ja, ich bin voll der Weihnachtsmuffel. Also so ein bisschen... Guck mal, mir ist egal. Ich bin der Muffelmuffel. Okay. Ja, dann fangen wir doch im... Im Sommer. Und auf der Karte müssen wir jetzt Ausschau halten, wo wir Punkte kriegen. Weil... Herausforderung da, ne? Ja. Ja. Was sind das für Punkte? Nix. Wenn sie jedes Kasuvari nur mit einem einzigen Stück essen. Ah. Ähm. Man darf denen irgendwie nur eins... Ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja... Das ist ja nicht die Mittagspause. Nein, das ist nicht die Mittagspause. Aber das ist im Skriptraum. Und du musst... Wenn die kommen, musst du denen ja auch was geben. Ach so. Oh, und diesmal nur eins. Immer nur ein Stück Essen. Okay. Die dürfen also nur... Nur ein Stück Essen kriegen. Und dafür kriegen wir einen Herausforderungspunkt. Dann kriegen wir dafür Herausforderungsmünze. Mün... 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 Münzen. Oder so. Keine Ahnung. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja. Und das ist jetzt schon mit drin? Ja. Das ist automatisch mit drin. Und wenn du es erreichst hast, dann kriegst du es auch. So. Äh, die... Äh... Einladung. Einladung. Eine Übertragung. Ja, das ist die... Die Einladung, wie das... Wie das geht. Ach so. Weil wir... Wir kriegen ja dann... noch wissen. Na komm, mach. Überspringen. Eingehende Nachricht. Der muss... Genau. Oder wo muss ich... Da. Dann... Ach so. Und dann oben drauf drücken. Eben Jeans zerrissen. Also. Eben. Da oben ist eben. Eben. Dins. Zerr. Da ist zerrissen. Und da ist es. Ach so, jetzt müssen wir... Irgendwie... Ach so. Ne, X drücken. Ich drücke X. Sie müssen doch gleichzeitig. Ach so, ich stand nicht richtig. Ehm, ein Essen. Achso, Y. Ein Essen. Wann das äh, picken? So nicht. Du wolltest ja nicht. Eigentlich müsste ich halt auch die Ehm. Achso, ich bin... Ah, ich weiß es nicht mehr. Wann nochmal. Sollen wir es neu starten und uns die Anleitung angucken? Kannst du da nicht oben auf die Anleitung drücken? Da. Bänder mit den Nachrichten. Okay. Ah. Lecker, die. Ja, das war's. Irgendein... Vielleicht darf man die nur füttern, während die was gegessen. Neu starten. Okay. Der fängt ja schon mal sehr gut an. Ja, fängt ja super an. Wenn nicht, lassen wir uns die... Sagen wir die Anleitung starten. Dann helfen. Okay, also... hat's uns ja wirklich sehr... Herzliche Grüße, Mama. Herzliche... Da ist ein... Da sind die Grüße. Wo ist die Mama? Ah. Oh, warte. So. Kurs, jetzt. Ah, okay. Wir müssen dann... Ja. Well genug sein. Okay, nochmal? Ja. Ich hab doch gesagt... Ja, ich... Dann hättest du mit draufschlä... Ja. Hätte ich mit draufschlä... Jetzt können wir das überspringen. Ja. Achtung. Wir waren schon so lange nicht mehr... Ja, ja. Suche Gegner für Schach. Ja, ich hab mich zumindest schon mal eins für. Mist. Hier oben ist auch das Schach, aber hier ist das. Suche. Gegner für. Dann hol ich das Schach. Komm her. Ja. So, jetzt packen wir erst mal den Brief rein. Ja. Ich geh schon mal drauf. Gut. Gut. Ja, ich hab's dann. Komm her. Na. Runter vom Rasen. Hier ist der Rasen. Ah, da oben ist runter. Aber den Rasen haben wir noch... Da, den hab ich auch da schon hingelegt. Hier. Also erst Brief. Dann setz ich mich hier. Und... Ah, es hat nicht gereicht. Nochmal, oder? Ja. Ähm, wir kriegen ja sowieso jetzt die... Die Herausforderung nicht. Also. Nochmal. Ja, es tut mir leid. Ach, was lenken die sich auch dabei. Dabei hat der Erste doch so gut angefangen, nachdem wir endlich mal mussten. Runter vom Rasen. Ja, hier ist es vom. Ja. 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 Pizza oben zu vermieden. Okay. Ähm, hier ist eine Pizza. Pizza. Hast du das... Ich hab Ofen. Ah, okay. Ah, da oben ist es Zar. So. Ja. Ofen zu. Herr. Da oben ist es Ethan. Oh. Hier. Erst Brief. Ah, nein. Oh, ich erschieße dich gleich, du blöder Vogel. Also. Man, hey. Du musst da richtig reinpfeiern. Ich hab' ich doch. Ich kriege auch zwischendurch Krämpfe im Vorderflügel. Aber da muss man irgendwie... Wir werden das da auch hinkriegen, Mann. Unten. Ist ja gut. Eben Jeans zu wissen. Genau. Wenn man da auch noch einmal kommt. Wo ist denn die Jeans? Hab' ich schon hier unten liegen. Ach so. Aber wir brauchen eben. Eben. Wo ist denn... Ah, da ist eben. Das da packe ich mal woanders hin. Eben. Jeans. Äh. Nein. Wo ist denn es da drauf? So. Ja. Entschuldigung. Ich war noch nicht jetzt. Moment. 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 Muss ich dir dann mithelfen? Kann ich dir mithelfen oder so? Das weiss... Das weiss ich nicht. Ich weiss halt auch nicht. Toilette total verstopft. Hier ist Toi. Da ist Toilette. Ja, es ist Opft. Komm. Moment. Ich bin noch nicht... Ja, ja. Das war scheiße. Warte, ich stand halt nicht richtig. Es lag an mir. Das ist genau das, was ich eben ja auch schon hatte. Was denn? Das ist wirklich schon die perfekte Folge, ne? Ja, es gibt... Also wir werden nichts anderes sehen. Außer dieses... Dieses eine Level, ja. Vielleicht machen wir nachher was anderes. Keine Ahnung. Und hoffen, dass wir da drüber Punkte kriegen. Toilette. Ja, hier ist... Weißt du, und der erste Vers... Dings klappt ja noch, ne? Zum Großteil. Ja. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Total... Er stopft. Nein. Mal gucken. Oh, schon wieder. Mann. Wir machen jetzt was anderes. Ja, okay. Noch einmal. Noch einmal. Ich find das schrecklich, was man genau richtig stehen muss. Ja. Du musst direkt dich sozusagen dahin. Und wenn du das nur mit einer Frucht machen sollst, ja Prost Mahlzeit. Würde ich sagen. Da brauchst du drei Mann. Suche Gegner für Schacht. Boah, Mann. Gib's auf. Hier ist Suche. Also ich hab... Ach so. Ja, ja, nein, nein. Du mit Suche ist... Ich denk, ich hab das Schach. Da hinten. Da ist es. Wo ist denn der Geg? Da ist der Geg. Kann doch nicht wahr sein, dass wir das nicht hinkriegen. Und wieder. Das wird zeitlich nicht reichen. Ich verstehe es einfach nicht, wie man das mit einer Frucht hinkriegen soll. Ich weiß, es sollen Herausforderungen sein. Nein, aber... What the fuck? Okay, nochmal. Ich bin da irgendwie so verbissen, Mann. Ja, das kann ich doch verstehen. Weil wir haben es einmal hingekriegt. Ja, 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 natürlich. Einmal. Bei einem Brief. Ja. Und den zweiten hätten wir auch hingekriegt, wenn... Was weiß ich. Okay, aber wirklich. Und dann suchen wir uns... Gucken wir uns mal bei den anderen... Ähm... Eben... Oh, mein Kreis. Es ist immer derselbe. Die ganze Zeit Wiederholungen. Ja, natürlich. Weiß es nicht, wenn es die im Fernsehen gibt? Geht noch Sinn. Ja, oh. Aber süß ist es trotzdem. Ja, natürlich ist es süß. Nur ist es tatsächlich schlimm. Nur mit einer Frucht. Und wenn der es verkackt, ja... Dann suchen wir was an. Heute Vortrag zu Kazoo. Da ist Kazoo. Na, nehmt es Kazoo. Heute, ne? Ja. Hier ist es T. Ich hab's T. Mitte. Vor. Mark. Zu. Äh. Ah. Wenn das schon nicht klappt. Wo kann ich denn stehen? Kann ich auch in der Mitte stehen? Da, da musst du stehen. Da. Ah. Hoffentlich. Suche, Geek, dafür Schach. Ich hab Geek. Da ist es Ne. Da ist Su. Da ist Su. Dann Re. Ach, der ist ja nicht mehr. Spür. Achso, ne. Da ist es. Genau. So, letzter Brief, den wir mit nur einer Frucht versenden müssen. Da. Nein. Ah, verdammt. Wir versuchen das später nochmal. Okay. Aber wir haben schon zwei Briefe geschafft. Ja. Wir müssen uns... Ich muss mich richtig positionieren, damit ich schnell genug bin. Und bei dir vielleicht noch mithelfen kannst. Okay. Wir haben uns jetzt zumindestens da mal angeguckt. Da, in der anderen Reihe. Blündernde Postfliegen. Was ist da denn die Herausforderung? Halten Sie rote und lila Postfliegen davon ab, irgendetwas zu stiehlen. Rote und lila. Ja. Rot, lila. Und wie macht man das? Ah ja, dann nimmt man die doch weg. Weißt du, die dürfen damit nicht... Wegfliegen. ...einkommen, oder? Ja. Muss man die, glaube ich, anpicken oder sowas. Irgendwie so. Okay. Wir können uns ja zuerst mal die Anleitung nochmal angucken. Oh nein, Postfliegen. Sie lieben das auch mal süßer Kuh... Süßkummiklebers. Ja. Anleitung. Ah. Wahnsinn. Um sie zu streuen. Um sie zu streuen. Also, die dürfen... Und während wir aber auch noch Briefe wegschicken, ne? Genau. Ganz normal. Rot und lila. Wie soll ich denn... Das auch noch? Ach. Zapple, um dich zu verfreien. Wenn sie dich klappen. Aber wie... Und mit was? Ich glaube, mit... Wenn du... Äh... Sprint oder sowas. Oder hin und her... Wackeln oder so. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Nein! Da, da... Ist sie weg? Wo bin ich denn? Du bist blau. Ja, ich bin blau. Aber... Du hast ja noch den Chip in der... Ja, weil ich das der... Die ist nicht rot, ne? Ne. Liebstahl. Wo ist... Diebstahl, ilbilbi. Wo ist rot? Kann man die erkennen? Ja, ja, wenn die... Ich hab jetzt ne lila, ne, gesehen. Ach, da hinten! Ah, die sind tatsächlich auch rot. Bis jetzt sind die nur grüne. Ja. Da ist doch Diebstahl. Ja. Danke. Was? Ja, die hat uns das nach da unten gebracht. Dieb... ...dal... ...in... ...da... Da ist der Bell... Was ist denn? Ist das hilfreich? Nein, ne? Ja. Bell... ...Bee. Wo, 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 wo? Ist hier irgendwas? Da! Nein! Hol es doch! Ja, ich bin runtergefallen. Tollen... Tollen Stein gefunden. Ah! Da ist der Stein. Ich guck hier auf dich. Äh, du kleine Drecksau. Ist hier eine Rote irgendwo unterwegs. Die noch nix, ne. Ah, da ist die, die Lila, ne. Oh! Da, da, hier. Haben wir jetzt trotzdem verhindert, dass hier was klappt? Nee, ich glaub nicht. Ich sitze im Schub fest. Wie jetzt? Äh, wir hätten die gleich dann immer... Die, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie... Ja, wir sehen's ja am Schluss, oder? Ob das jetzt... Ja, ja. Nicht... Hallo? Das ist... Wo? Dahin. Äh... Wir werden sehen, ob's gereicht hat. Ich bin... Ja, ich weiß es nicht. Die dürfen das Zeugs halt nicht klauen. Ja, und er weiß schon, dass wir die Herausforderung haben wollen, ne? Ja, deswegen dürfen die das nicht mal hochnehmen. Das heißt, im Prinzip, einer müsste sich darum kümmern, dass er die immer im Auge hat. Und einer macht die Dings. Und dann nur für die Zeit, wenn er... Dings. Also, sollen wir es nochmal versuchen? Ja, wir haben ja das andere auch zigtausendmal schon durch. Ach man... So, überspringen. Da ist doch schon einer. Geht sie mal weg? Ne, die fliegt ja. Diebstahl in Belby. Klebst du das jetzt mal... Kannst du das mal da hin? So. Nein. Äh, war da gerade lila? Ja, hier unten. Und das hier ist ne rote, oder was? Ja, das ist die rote. Ich glaub, die fängt einen dann immer. Ähm... Wo ist Bel? Wie soll ich das denn alles raffen, Mann? Und irgendjemand muss ja diesen scheiß Karren her... Ja, ja, klar. Natürlich. Hat hier irgendwie... Man weiß halt auch nicht, ob die jetzt was schon geklaut haben, oder nicht. Party ist geplatzt. Wo ist denn da? Party... Nein, 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 nein! Nen, nein, 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 nein! Einst Du Trämpel. Mach sie noch einmal an! Mööööööööööööööööööödyare perSayon duääöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 으면. Es ist alles gut. Ich... Es ist alles gut, ich guck, dass ich die... Dings zusammen kriege." Oh, Mann! Fick dich ins Knochen, Mann. Oh, da hat die nichts geklaut, aber das wäre uns aufgefallen, oder? Ja, irgendwas müssen sie geklaut haben, weil die oben die Münze weg ist. Ja, aber die anderen, oder nicht? Nee, die anderen, die ist egal. Was? Es sollen nur die Roten und Dings aufgeben. Ja, aber die haben bestimmt das nicht geno... Warum soll das jetzt eine Rote, eine Lilane gewesen sein, die das genommen hat? Hä? Heute Konferenz für Oma. Es geht aber darum, ob eine von dir... Und wenn du unter Umständen von dir aufgedingst worden bist, dass du die... Dass die dich gek... Ähm... Dann haben wir ja jetzt schon verkackt. Ja! Schön, warum machen wir die Scheiße hier eigentlich? Ja, weiß ich nicht! Nochmal! Nein! Nicht! Ah ja, es bringt auch nichts. Oh, Caro! Jetzt machen wir einen Jungs! Mau, mau, mau! Ja, was denn? Dann hier. Sag mal hier. Beenden Sie die Verschiebung, ohne die vergrabenen Teile der Karte aufzudecken. Was für eine Verschiebung? Ähm... Ja, die... Dings... Ah! Wir müssen... Irgendwie wissen, wohin was geht, oder so? Keine Ahnung. Das ist das, wo wir die Knochen zusammensetzen, oder so? Ja, wir müssen die Kisten packen. Ja. Okay, gucken wir uns an. Ähm... Muss man das dann extra anwählen? Nee, ne? Das ist dann einfach in dem Level mit drin. Ja. Ähm... Wie war denn das wieder? Also, ah, auf stabilen Bloden bleiben, weil sonst... geht mal unter. Ah, das darf man nicht... Pff, what the fuck? Wir müssen also die... Die... Die Nummern müssen wir auswendig kennen. Aha. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, aber... Okay. Klar. Okay, wir können es ja mal... Wir können es ja einfach mal versuchen. So, was haben wir denn? Eingehendes Paket. Ähm... Hier ist die schwerste Schrotten jetzt auf dem Markt. Jetzt können sie in den See reinigen und finden vielleicht sogar alte Schätze... Äh, alte Sachen. Nach Lake Bessie. Ja. Das heißt, wir müssen... Wir müssen im Prinzip wissen... Wo Lake Bessie ist. Ja, das hätten wir uns aber... Vorher dann... Ja, deswegen... Die müssen wir... Im Prinzip müssen wir die... So, wo haben wir denn den Deckel? Ja, haben wir den Deckel. Oder wir schreiben uns die auf. Wir decken die Karte jetzt auf... Damit wir wissen, welche welche ist. Da. Ja. Lake Bessie 2241. Genau. Dann schreib mal. Und einer soll ich auch schreiben. Ja. Oha, vielleicht... Wieder auf den... Stabilen Boden. Ja. Moment. Da. Hahaha. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist es noch dringend? Nee. Nee, ich glaub nicht. Aber was denn jetzt? Norden oder Süden? Das müsste Norden sein. Gut. Lake Bessie ist auch Norden. Ja, aber haben wir nicht aufgeschrieben. Lake Bessie ist das Erste. Und die ersten drei sind... Deine blöde Schrift, ja. Das steht für mich Labo. Aber da steht Bessie. Ja, aber es kann auch ein Labo-Bessie sein. Labo-Bessie gibt es aber nicht. Meine Güte. Schwer. Also auf jeden Fall schwer. Ja. Und es ist Norden, weil die oberen drei sind Norden und die anderen Dings... Ja. So, wo haben wir denn... Haben wir denn Heavy? Da oben ist ein Heavy. So, dann tue ich das hier mit drauf. Was bin ich hier... Ich... Ähm... Ja, du kommst zu mir. Was bin ich eigentlich? Rechts, links. So, und Norden. Und dann müssen wir jetzt diesmal Punkte kriegen, wenn wir das gut machen. Genau. Belby. Nach Belby. Das ist auch Norden. 4, 1, 6, 2 wieder. Ähm, Haussekretär hat uns das hier geschickt, um das... ...versandtempo zu testen. Send dir so schnell wie möglich an die Relaisstation in Belby. Okay. Also, urgent. Wo ist Nani? Ähm... Hier, dringend. Ja, das habe ich schon. Achso, du hast schon dringend. So, und was war das? Belby, ne? Ja. Rosnatched. So, hier unten. Hier unten. Hier nach Norden. Ach, man muss die erst... Man... Man... Jetzt. Man muss das erst bestätigen, bevor man die freischaltet, ne? Ja. Also, drüberlaufen geht dann, oder was? Keine Ahnung. Anscheinend. Ah, guck. Ja. Ein Punkt. Wow. Eine Marke haben wir bekommen. Ne, also den Scheiß mache ich noch nochmal. Obwohl das jetzt am einfachsten war als die zwei anderen. Das war jetzt noch mit am einfachsten, ja. So, dann gehen wir doch in den nächsten... Ja, Gott. Hier hin. In den Herbst. Da ist sie jetzt... Ja. Ja, nur in der untersten. Nur in der dritten Woche. Tricks und Telegramme. Oh Gott, was wird uns da... Besuchen die Kasuvaris weiter, indem sie ihre Nachrichten eintippen. Äh. Was ist das erst dann? Hm, ja. Ich bin mir da auch irgendwie... Versuchen sie Kasuvaris weiter, indem sie ihre Nachrichten eintippen. Ja, weil ich dachte, die bringen auch wieder die Nachrichten oder sowas. Oder die verschickt man ja... Wir gucken uns einfach... Ich verstehe irgendwie... Ich verstehe es auch nicht, aber wir können ja mal gucken. Unter Umständen muss man die... Trotzdem weiter... Weiter denen die Sachen... Schenken. Auch wenn man selber am... Am tippen ist, sozusagen. Also irgendwie... Kapier ich das nicht so ganz. Ja. Dieser... Dieser... Dieser Satz, der... Ja, der Satz macht nicht so richtig viel... Auf dem Schlauch. Ja. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht ergibt sich das ja dann im... Im Spiel. Ja. Okay. Also kann man den trotzdem... Äh... Kost... Tü... Ah, die wollen ein... Dings haben. Ich tu mal... Dings... Hier drüben sind die... Achso, die dürfen bestimmt nicht hier rein tippen. Ja. Und das haben sie ja jetzt gemacht. Also... Einer... Einer tippt, sozusagen. Und der andere kümmert sich um die. So. Also. K. Wo ist denn das K? Da ist das K. Nö. Da ist das K. Achso, das ist auch ein... Muss ja auch ein großes K sein. Der hat jetzt aber auch getippt. Ja, der... Der ist es ja... Ist ja... Wurscht. Na. Und wir? Ne, ich hab das K getippt. Aber ich muss es wieder weg machen, weil es kein großes K ist. Und... Ja. Ich kann mal gucken, ob ich... Ich bin nicht... Jetzt. Erma muss drauf stehen bleiben. Achso. Deswegen. Und den Rest kann ich... Achso, ich bin da. Ich hab das Ü noch nicht gefunden. Auch nicht. Oder muss man das... Um... Wo sind denn die Lollis? Ja, unten. Oder... Ah, er macht's automatisch. Das war das. No, M. Oh, M. Oh, es ist 2... Was ist denn die Lollis? Was ist denn die Lollis? Was ist denn die Lollis? Was tü? Ach, Parade, das ist ein P. Oh. Oh. Bitte, Schatz, bitte mal. Danke. Noch ein E. Wo ist das E? Abschicken. In... Sagst du? Ja. Ich dachte, wir kümmern uns... Also ich kümmere mich um den... Gut. Ja, ist okay. Was ist das? Ein Belby. Achso. Da muss wieder ein... Ein großes... Häng ich da hinten wieder drin? Ach, jetzt hat er... Gerade umgeschaltet. Oh. Danke. Was da? Wow. Wo ist das Y? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben dann mal den ersten Ding... Wie ist das? Wies. 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 Wies, ha? Wies außen. Wies. 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 Die Sprache. Wies. E Kim. häng ich alle naselang häng ich dann irgendwo fest hast du das gerade gesehen? ja hier ich habe keinen keks genommen du kleiner bastard du verpiss dich ich habe den schnitt immer einfach mal ja bubala also entschuldigung jetzt ist rum also nochmal also die müssen immer versorgt sein sozusagen dass die nicht rum tippen genau so wird es sein zumindest wollten wir das ja so mal ausprobieren und dann kann diese blöde pfeife und mein vogel der nimmt nicht diesen blöden keks ja ja ok habe habe los was willst du Würmer? oh shit dann gleich nochmal neu hat er jetzt reingetippt? nein hat er nicht aber groß g bei wir sehen Gesehen. Ähm, noch ein E. Äh, Moment. Fertig, ja. Oh, die Fahrt. Großes Haar. Wo ist denn das Haar? So. Man ist weg! Äh, was haben wir? F. F, F, F. Äh, wo ist das? Äh, da oben ist das in der Mitte. T. Geh jetzt hin da oben. In. Ja, macht ja nichts. Okay, ja. In. Bubi, also großes G. Gummipann... Was? Baum. Baum. Bestimmt heißt das Gummibaumhain. Ach so, genau. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Wo ist da? Was willst du, Lolli? Mach den mal weg. Also, du hast das. Jetzt. Darfst du. Nein. Hier ist das I. Um das N kümmere ich mich. Ein Nimm den Keks. Wo ist das da oben? Ist das N. Ah, jetzt sind da zwei. Kann man das wegkriegen? Ja. Guck mal. Alter. Nicht Alter. Ach so, du hattest das eh schon. Ich dachte, du liest auch zwischendurch mal. Nee, mach ich nicht. Ich kann nicht lesen. Ah, das merke ich. Alter Sarg. Großes S, dann. Was? Wo ist das S? Großes S, da oben. Was willst du? Zu, äh, wo ist das Z? Ach, da oben. Verkaufen, okay. Hast du schon? Ja. Ja. Ah, ist da hinten. Nein, mach weg, Marais. Ja, ich schm- Mann. Mach ja schon. Woll macht den Spasten da weg, so als Geld. Ah, ja. Ich bin leer. E? E, ja. N. Und erzählen. Ab dafür. Wir haben es geschafft. Die Münze war oben ange... Ja? Ja? Das habe ich nicht gesehen. Ist auch ganz interessant. Aber das hat mir mehr Spaß gemacht. Ja. Als das erste und das zweite. Also, nix ist ein Klebescheiß. Ja. Okay. Also. Nix ist fertig. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, wir gucken uns alles so an, was die Herausforderungen sind. Ob wir jetzt wirklich das alles zusammen kriegen, um irgendwas zu holen. Keine Ahnung. Ja, das ist ja völlig egal. Wir können ja auch mal gucken. Aber wir haben uns zumindest die Herausforderungen, die es so gibt, angeguckt. Mal angeguckt. Okay. Also, hier. Elf. Wenden sind die Verschiebung, ohne den wirbelnden gespenstigen Nebel zu fallen. Oh, nö. Da dürfen wir nicht runterfallen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Laufen. Egal. Okay. Also. Oh, nein. Welcher Nebel. Oh, nö. Du darfst halt nicht in den Nebel fallen. Ich wollte mir das... Oh, Gott. Scheiße. Nee. Ich meine, kannst du ausrasten. Jetzt gib das doch her, du kleiner, blöder... Lässt du das los? Und wenn du noch einmal klingelst, bist du tot. Ach, du Scheiße. Schon verloren. Schon wieder. Ich wollte auch hier drauf. Ach so, jetzt liegt das Ding da oben. Ach so. Wollen wir ja nicht weitermachen. Wir versuchen das einmal. Wir probieren das nochmal. Oder zweimal. Oder so, ja. Wir haben dem ersten Jahr auch 50.000 vers... Oh, du Scheiße. Was soll ich machen? Ja, du holst... Holst das Ding. Du machst am besten gar nichts. Oh. Oh Gott. Der Mond hat gelacht. Ja. Ich hab den Mond gesehen. Da will ich aber nicht hin. Da hinten ist der. Da weiß ich doch nicht, wie ich zählen soll. Wir brauchen der, ne? Ja. Ja. Wie schieben. Du weißt schon, dass du erst da nen... Hä? Was schieben? Ich bin dir zu blöd. Wir müssen das woanders hinführen. Ah ja, da drüben ist doch der Zettel. Er hat irgendwie gelacht oder sowas, ne? Ich hab's aber noch nicht gelesen. Schon fertig. Ich bin gerade... Ja, ich weiß nicht. Wie sollen wir das denn jetzt? Soll dann nur einer? Ja, weiß ich nicht. Ah. Ich glaub, das war dann irgendwie, wo wir die... ...haben auseinander... Ach so. ...schneiden müssen. Hm. Ja. Ja, und... Wo kommt jetzt... Hat? Ja, weiß ich nicht. Äh, kommt bestimmt... Da ist... Da ist es hart. Okay, wir probieren's noch einmal. Okay, also, nochmal. Ach ja. Ja, also ich geh jetzt mal hier hoch. Oh Gott. Habe einen Geist gesehen. Okay. Ist das das Habe oder gibt's dafür dann noch nen... Ne, wahrscheinlich... Ah, und dann gäbe. Das müssen wir bestimmt zerschneiden. Genau. Also dann hol ich mal das. Aber das kann ich noch nicht hinkleben, ne? Kann das sein, dass wir das... ...auch da drauf packen müssen? Ja. Damit's ein Wort gibt? Ne, das kannst du nicht... Du kannst nur die, die... Äh, Dings sind. Äh, die so umrannt sind. Ja, aber wie soll ich denn Habe da drauf kriegen? Ja, dann musst du das woanders hinlegen. Dann müssen wir irgendwo gucken, wo wir das... ...hab. Also dann müssen wir gucken, wo wir noch irgendwas mit... ...ja, hast. Ich geh außen... Äh, außenrum. So, H. Na, komm her. Habe. Das war das Geist, ne? Habe Geist gesehen. Wahrscheinlich da oben... ...GH... ...ä, oder GE vergeht. Und ich guck... ...wo ein Ist ist. Oh, ein Ist... ...Ist ich. Nein. Aber ich habe hier auch einen... ...Guy. Haben wir irgendwas mit ST? Ja, hier habe ich. Oh, das... ...das geht nicht, das Gei. Bestimmt haben wir aber noch... Was haben wir denn sonst? Das ist mir zu stressig. Das wird wieder nicht funktionieren. Ich sehe halt überhaupt nichts. Du bist runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen, weil die da hinten... ...oh, wir waren alle so gut, glaube ich, da drin, ne? Hä, das war gar nicht... Aber da haben wir halt auch, ähm... Warte mal. Heißt ja auch, habe einen Geist gesehen. Ups. Da können wir lange versuchen... Ich habe mich schon gefragt, warum klingt das nicht so gut. Ja. Habe Geist gesehen. Hab Geist gesehen. Wäscht. Nein. Okay. Ja, aber das ist auch eins der Herausforderungen, die wir... ...die nicht zwangsweise zu schaffen. ...entweder, weil dann die Zeit abläuft oder sowas. Also. Jetzt lass das doch liegen, du kleiner Penner. Der Mond hat gelacht. Nein, ich will den lachen. Also, der. Haben wir irgendwo ein der. Ich habe auf jeden Fall... Ah, da hinten ist gelder. Oder der. Ja, der. Da. Der. So. Wo ist denn der Mond? Da oben ist der Mond. Oh, da ist ausgegangen. Da heißt... Ja, ist der Mond. Das hier wahrscheinlich. Das müssen wir jetzt... Warte. Hier das hier. Beide reingefallen. Da ist das G und da musst du dann irgendwie da unten mit dem, was irgendwie ich auf dem Arsch habe. Sollen wir noch einmal... Okay. Also. Also ein letztes Mal und dann gehen wir woanders hin. Dann probier mal. Dann gucken wir uns das nächste an. Weil wir haben ja noch... Ah, hier sind ja eigentlich noch ein paar... So, den Anfang haben wir ja schon gut raus. Ja, das ist auch alles. Die Crepes sind gruselig. Oh, Mann. Da. Guck mal. Da ist der Mond. Toll. Ja, schön. Oh, wei. Verlassen. Ja. Oder was? Noch ein einziges Mal. Weil das war scheiße. Vielleicht gefallen mir die Nachrichten halt einfach auch nicht. Ach so, ja klar. Das wird sein. Deswegen läuft das hier auch nicht. Deswegen wollen die Kiwis immer in den dunklen Näbel. Jetzt halt die Schnauze. Klingel. 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 Ich hab Dingeli. Also. Habe einen Geist gesehen. Kann mir das hier gebrauchen, wo draufstehe, gebe? Ja. Warum? Wofür? Also, mit dem, was ich habe, mit hab, geht nicht. Also, wahrscheinlich, genau, da brauchen wir das B und da ist da, ja, das war ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Und da drüben ist bei Hast. Ah, jetzt muss ich erst das Ding da weglegen. Ablegen. Aber. Einen. Da ist es nen N. Kann ich das nicht hier irgendwo ab... Ich möchte das gerne ablegen. Und dann schaue ich mal... Wo laufe ich denn hin und da ist so... N. N. In. Äh. Ah, da, 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 hier, das hier. Oh Gott. Bleib lieber hier. Genau. Komm rüber die Piste. Also, da oben... ...sitzt das da. Einen. So. Mal gucken, wo wir den Geist herkriegen. Achso, das wird wahrscheinlich wieder irgendwie was am Stück sein, oder? Ja, oder... Hier ist... Geil. Nein! Das war so gut. Mir war das nix. Das Ding hat sich um drei Bildpunkte verschoben. Sobald sie die Laterne beleuchten, halten sie es für eine gesamte Schicht beleuchtet. Ah, das ist das, wo die Katze auf einmal ausgeht. Ah. Und jetzt müssen wir halt drauf achten, dass die immer... Dass die immer an ist. Okay, wir können es zumindest mal probieren. Versprechen können wir gar nix. Genau. Es interessiert doch keine Sau mehr. Also, Streichhölzer. Warte mal. Kann ich die mir alle hängen legen? Ja. Ja, das sind die Aufträge. Das wissen wir. Da hinten ist noch ein Streichholz. Will ich schon mal wenigstens... Alles, was möglich ist, ein Streichholzer. Ja, ne? Okay, ich glaube, hier ist... Warum nicht, verschwinden die nicht? Lochbess, sehr gut, das ist ja dann... Morgen stehe ich in die stürmische See, mein Herz ist schwer, meine Gedanken... Frische Rose, also das heißt, sie soll... Frische Sand in den Ampliok lassen... Und schnell wie möglich. Also urgent. Okay. Also, eine Rose. Wie kann ich die denn... Wann weiß ich denn, dass ich die nur wieder anzünden muss? Weiß ich nicht. Äh, Parallel Urgent, ja. Wie ist das da? Ja. So, Deckel. Da drüben ist ein Deckel. So. Ähm. Ah, und das ist aber auch irgendwie heavy. Weil das ist ja schließlich ein... Aber ich brauchst dir jetzt Hilfe, oder? Oh, ja, das... Da ist das Schwebe-Ding. Ja, das Schwebe-Ding ist... Ist das nur sehr schwierig für dich? Ja. Ich würd gerne warten, bis die Kerze wieder schwächelt. Damit wir den schnell da hin... Doch. Wie lange hält die? Das weiß ich nicht. Aber... Jetzt musst du nochmal prüfen, wo... Wo sollte das hin? Weil wir müssen ja auch hier... Loch. Loch Dingensbums. Ach, brauchen wir dafür irgendwas? Ach ja, wir brauchen doch den Code. Oder ist das Lake Bessie gewesen? Loch. Ne. War ein Loch. Loch. Also, da müssen wir gucken. Och, Mann. Ich trau mich halt nicht wegzugehen, Mann. Was soll ich dir erzählen? Du drückst damit drauf so und jetzt müssen wir gucken. Machen wir es denn. Thornwood Thicket. Desperation. River Rock. Potters Field. Gibt's nicht. Kannst du mal schnell den Auftrag prüfen? Also, nee, das war die... Also, das macht auch nicht Spaß. Aber das war doch Loch. Soll's denn sonst gewesen sein? Wie mache ich das, den Auftrag nochmal? Oh. Wir werden doch hier irgendwie was finden. Warte mal. Da, fünf, zwei, sechs, eins. Nährst du es? Ja, ich hab's. So, was ist denn das Norden? Und das sollen wir vier Aufträge lang durchhalten, ey. Das reicht uns ja die Zeit nicht. Wenn wir das alles immer so... Ich kann... Ich kann's nicht selber alleine abschicken. Rip Cage Rock. Okay. Äh. Aber was dazu? Wenn du etwas Gruseliges in die Käste steckst, verschließ den Deckel fest und pass gut auf, dass er erst zu bleibt. Oh, ich werd Kürre. Wie soll man den denn da reinkriegen in die Käste? Ja, ich muss was Gruseliges dazutun. Aber ich weiß ja nicht mal was. Knochen. Ist es nicht. Der Schlüssel vielleicht? Ach, was Gruseliges dann. Was ist denn? Ah, der... Wow. Rotte. Eine Lupe. Eine Lupe. Gleich... Gleich probier ich alles andere aus, ey. Ist das vielleicht ein Horrorfilm hier? Der Schlüssel. War doch der Schlüssel. Was machst du denn? Du sollst dein Mikro nicht aufessen. Das war aber so gruselig. So, okay. Der braucht keine Aufkleber. Und der ist mir so gestoppt. Ja, ich bin aus dem Dings gefallen. So, dann... Ja, noch einmal... Das schaffen wir zeitlich. Nee, das geht zeitlich überhaupt nicht. Der muss auf jeden Fall schnell genug sein, dass es... Wenn die... Wenn die Kerze halt schreit... Du musst nach... Ach so, ich gucke immer falsch. Ich gucke halt immer falsch. Ich will immer mit dem Ding durch die Gegend fahren. Wird nicht durch die Gegend gefahren hier. Das merke ich halt auch jedes Mal. Ja, bleibst du da? Lass uns doch gleich gucken. Was war das? Rocket. Der Rocket. Da. 1-1. 1-1-4-1. 1-1? 1-1-4-1. Und es ist Süden. Oh! Ja. Das legst du ja auch Knochen in, du Sackgesicht. Ähnlich. Schäme mich. Ist wohl doch noch... Das war auch das, oder nicht? Da gehört wahrscheinlich irgendein Aufkleber drauf. Aber was denn für einer? Äh... 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 Liebe Freunde nah und fern, ich sehe beim Wacave euch gern. Auberginen grillen wir, alles findet statt bei mir. Freut euch auf den Gaumenschmaus und bringt Besteck. Bitte ich mir aus. Ah, okay. Das war der blöd. Ähm, also irgendwie... War da... Ist das nicht noch... War da nicht irgendwo eine Gabel oder sowas? Keine Ahnung, da hast du ja den ganzen Scheiß hierhin geräumt. Ist das... Ich habe halt nur... Ah, hier ist die Gabel. Habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ah, da brauchen wir auch noch einen Deckel. Äh, das ist 6. 6, 5, 1, 2. Ja, aber ich weiß nicht, was ich da drauf... Äh, warte mal. Ja, Zeit ist um. Da hätte wahrscheinlich sowas drauf gemusst wie... Verderblich und... Äh, dringend oder so. Mmh... Das nächste, komm. Okay. Es ist zwar ganz nett... Aber es wird wahnsinnig... Also nächstes... Winter. Oben, erste Reihe. Da. Herausforderung. Lesen Sie Beschreibung jedes Artikels nur einmal. Was... Was möchtest du mir sagen? Keine Ahnung. Okay. Wir probieren das. Also müssen wir das einmal genau lesen. Und dann müssen wir aufschreiben. Mhm. Achso, wo es hingeht... Müssen wir dann... Ja genau, wir dürfen... Wir dürfen das Ding... Und dann auch wissen, ob es... Äh, schwer ist oder... Also ganz genau. Gut. Ich denke mal... Okay, also... Und sechs Aufgaben! Wer soll man denn damit jetzt anfangen? Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie... So hinkriegen. Fass Eierlikör. Gut kühlen. Also das ist wahrscheinlich... Schwer... Ja. Und... Ähm... Verderblich. Was ist deins? Und das muss nach Lake Bessie. Pudding. Also... Schnell. Auch schnell... Und verderblich. Und verderblich. Aber ich weiß nicht, ich kann mir das doch alles nicht... Was ist das? 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 Willst du dir das ausschreiben? Dass du dir da eine Notiz machst? Ne. Also das eine ist schwer... Unverderblich. Genau. Und deins soll schnell sein, ne? Wobei es könnte ja zerbrechlich sein. Auf eine stabile Unterlage. Hm. Ja okay, dann ist es wahrscheinlich zerbrechlich. Also entweder ist es verderblich oder zerbrechlich. Wahrscheinlich beides. Oder schwer und zersprechlich. Weil es ein Fass ist. Der Pudding geht nach Painted Cliffs. Das nach Lake. Guck mal, wir haben... Die zwei Nummern haben wir auch. Ja, wenn das die gleichen sind. Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Oh Gott. Also... Willst du es dir jetzt noch aufschreiben, was du... Nein! Okay. Also... Woher sind Dicke? Da drüben sind Dicke. Ich weiß nicht. Ich brauch das hier, ne? Dieses... Fragile, ja. Ja. Oder hab ich... Ja. Ich hab jetzt einfach mal... Und was noch? Wär sch... Wär schnell wahrscheinlich. Urgent, ne? Hier. Wo ist jetzt mein Dicke? Bei mir. So. 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 Wenn du die... Das ist... Das ist das Fass. Meins ist das Fass. Gut. Genau. Auf meiner Seite. Das heißt... Der da. So. Und dann mein... Na, komm. Eins. Ja. Ähm. Sag mal. Leck Bessie war... Meins. Der Pudding. 2, 2, 4, 1. Also... Sollte es eigentlich gewesen sein. Ja. Wir werden es ja sehen. Und Leck Bessie ist... Ach egal. Jetzt wollen wir erstmal... Neins ist Leck Bessie. Und meins war... Irgendwie die... Painted Cliffs. 6, 2, 4, 3. 6, 2, 4, 3. So. Das ist... Painted Cliffs ist Süden. Also. Also... Also... Ich denke mal... Das wir den... Das hier... Ver... Und... Was dann? Peritual? Ja. Warte. Doch Fragile. Dann ist es doch... Fragil. Was ist denn Fragil? Verbrechlich. Also... Das was weg... Ja. Das was wir weg gemacht haben. Ja. Aber dann ist es Heavy nicht. Ne? Die Zeit ist unglaublich. Also... Was? Ja. Also... Wir hatten schon Fraggle mit schwer. Ja. Fragile. Vielleicht dringend? Nein, ich mach's jetzt wieder schwer. Vielleicht gehört das auch gar nicht dahin. Und das war vielleicht Bessie. Probieren wir das mal so aus. Shit. Zeit ist auch abgelaufen. Ich will das nicht. Ich will mal das nächste. Okay. Ich werde bekloppt bei dem Scheiß. Ja, das ist echt. Da wirst du wirklich. Kann man denn? Holy Jossel Kingi. Ach, das ist wieder so. Ohne einen einzelnen Tippfehler. Komm, das kriegen wir hin. Das ist besser als diese Penner da. Mit Süßigkeiten zu verteilen. Okay. Okay. Okay, Nase. Nase, Nase, Nase. Wo ist denn das N? N habe ich gefunden. Okay. Ach so. Ja, aber wo ist denn hoch... hochsetzen? Da. Ah, hier hinten. Jetzt. Da war das A. Da kommt das A. A. Da ist es. Da drüben ist es eh. Hier. Nase. Nase. Wo ist das? Ah. Oh Mann, geht da rauf, du. Äh, wo ist das? Ich gehe keinen Tee. Bin ich... Gefroren. Ja, das geht. Oh Mann, du kleiner... Warum, wenn ich da hingehe, warum... Ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich bin ja nur groß und breit Dings. Also, nochmal. Wir müssen dann auch direkt dran denken, dass wir wechseln. Dass wir dann auch wechseln, weil es sind ja immer zwei Dings, die wir da machen müssen. Wie wechseln? Ich mache das, was ich will. Ja. O ist, also. Okay. R. Wo ist das O? Ich gehe keinen O. Ach, da oben. Hab ich das gemacht? Ja. E. Hammer. S. O. Holly Trussel. Also, warte. Ich... Also. Ja. O ist da oben. Drei mal L. Ah, der ist da hinten. Okay. Aha. äh, j, äh, hier, o, also, t ist gerade da rein, l, da alles geschrieben ist. Ja, noch ein e, dead, äh, großes, äh, a, ein kleines d, wintertanz, großes, groß ist schon, ähm, b, da, hier, n, t, e kommt hier, t, a, n, z, nein, Twilight, mother, new, ohne kleiner, fatter Kugel. Es tut mir leid. tin eine kleine kunde Kugel. Ja, T, khau. Alles gut. Nochmal? Ja. Ja, das macht irgendwie, aber ich denke mal, wir werden dann. Also wenn wir das jetzt wieder... ...sozusagen... ...ja. Nase. Achso. Ja. Irgendwie verschwindet die Buchstaben. Ja, ja. Wo? A. Äh, E. Äh, E. Äh, da. Hab's. Ist. Da oben. Da. Ist. Wenn du's triffst. Äh, ich seh kein... Ah, okay. Ist. Gefroren. Äh. Oh ja. Hä? 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 Was war das denn? Ja, ich dachte, wir hätten neu angefangen. Ja, haben wir auch. Aber irgendwie, weil das zweite abgelaufen ist. Ja, weil das war ja dann ziemlich schnell. Okay. Ja. Einmal noch und dann gehen wir zum nächsten. Genau. Buchen. Ah, das läuft auch schneller ab. Hm. Ah, weil's ein kürzeres Wort ist. B, warte. Oh, geht er hoch. Ah. Nimmst du oder ich? Ne, mach. Ich häng hier auch irgendwo in der Dings drin. Wo ist es? Äh, habe. Warte. Wo ist das H? H. Ja. A. A, hier. Hab ich. B ist gerade weg. B ist gerade raus. E. Da oben. Und jetzt nochmal wieder riecht. Okay, riecht. R. Ja. R. Ah, I kommt gleich auch da hinten. E. Ist oben auch in der Mitte. D. Ich bin tot. Aber hier, da war's eben. A. E. Großes. Hab schon groß. Ja, aber ich muss doch erstmal das E finden. Mein Hirn muss es selber finden, Mann. L hab ich. C. Ist auch da oben. A. Geneckt. Ja, weil wir mal erst komisch. Ah, okay, komisch. Äh, da ist es K. Ah, wir sind schon bei M. Ich seh kein M. Das ist ein M, was bei mir ist. Ohm. Bin ich jetzt total deppert? Da ist es M. Da ist es M. Ja. S. D ist da oben. Eine H bitte. Schicken. So. So, geneckt. Ab. G. E. Hab ich. N. E hat sich U gelegt. Wo ist es E hin? Bei dir unten. Jetzt ist es eine U gewesen. Ja, Caro, ich kann nicht überall hingucken. Ich auch nicht. C. Da, hier drüben. C. A. D. Da oben. Hier ist es F. Bist am R vorbeigelaufen. Oh, Entschuldigung. O. Irgendwie da irgendwo. Ab. H. Hier ist es H. Da oben ist es S. Wechseln. Wechseln. Schneekampf. Großes. S ist oben. D. Habe ich. Da ist es H. Ähm. N. Waren wir mal E. Habe ich. Da ist es K. Dann A. M. Ja, habe ich. E. Und P, ne? P, genau. Und das F ist daneben dran. Oh, geh da hoch, du Sackgesicht. Wegschicken. Ja, es tut mir leid. Das lief eigentlich sehr gut, aber verlassen. Damit wir noch das letzte uns zumindest mal angucken. Ja, und dann müssen wir die Herausforderung, war ja auch, das kann man ja trotzdem nochmal. Ja, okay. Aber jetzt machen wir erstmal das. Ah, da habe ich jetzt überhaupt nicht geguckt, was wir. Ja, da muss man ja auch. Wollte eigentlich da unten erst nochmal gucken. Das hier. Halten Sie beide Kiwis davon ab, gefroren zu werden. Geil. Geil. Okay. Und wie macht man das? Das weiß ich nicht mehr. Einfach wahrscheinlich bewegen oder sowas. Ah, ich glaube, dann muss man irgendwie in der Nähe von der... Äh, genau. Okay, einer trägt die Laterne und der andere muss... Muss den Rest machen, ja. Und dann müssen wir hoffen, dann müssen wir die so platzieren, dass das... Ja. Was? Ja. Um sie anzuzinden. Oh, Mann. Ich bin hier. Was ist das? Schaden an den Klippen. Also, äh... Oh, Gott. Ich glaube, das wird nix. Ich find ja schon nicht mal Schar. Ich find ja nicht... Da haben wir Schar. Hm, hm. Das ist mir doch zu viel. Können wir nicht mal schöneres machen? Ich find... Ich find ja nicht mal... Da oben ist der... Ah, da oben ist das Ding. Das ist da, müssen wir... Verlegen. Ja, dann... Was war das? An... Anmalen. Dann... Den... War er nochmal? Hm, ja, natürlich. Dann... Bleib mal hier, damit die... Sachen... Ich mach auch schon alles mit meinem Arsch. Ich glaub wir machen... wir müssen da zusammen drauf, ne? Jaja. Und ich muss meine Laterne auffrischen. Da oben müssen wir auch mal dann... Aber ich denk mal, das schaffen wir auch nicht. Nee, das ist... Und dann machen wir was anderes auch. Ich bin auch gerade... Ah, das verschwindet dann, wenn wir es nicht geschafft haben, ne? Ja, genau. Oh, Zeit ist um. Gut. Fertig. Und dann gehen wir jetzt noch gucken, was wir bei den Herausforderungen irgendwie... Genau. Ja, bei den Überstunden. Luftpolster. Schneeballschlacht. Mittagspause. Und was ist... wir gucken jetzt erstmal, was überhaupt die... Herausforderung, ne? Müssen wir noch irgendwas beachten? Ja, da. Da, Herausforderung. Halten sie die Kazubies davon ab, Wutanfälle zu werfen, als zu kriegen. Hm. Okay. Das heißt, die muss man ganz schnell bedienen. Oder so. Ja. Aber die streiten sich ja auch manchmal. Die streiten... die muss man dann irgendwie... muss man dann irgendwie anquieten. Hm. Eine Runde davon, auch wenn wir es nicht packen. Ja. Rauchen wir die Anleitung? Nee, ich glaub nicht. Nee, ich glaub nicht. Nee, das müssen wir öfter... Ja, hab ich grad keine Zeit. Oh Mann! Super, wir haben... Oh Gott! Ja. Wir wollen jetzt alle was zu saufen haben. Ja. Oder auch nicht mehr. Ja. Ja, kein Wasser. Ja. Super, wir machen. Ja. 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 Der. Der, der frisst einen Scheiß, Apfel... Oh Mann! Oh Mann! Dann friss den! Du... Ich hab dir keinen... Ich hab dir einen Apfel gegeben, you kleiner Blinder-Arsch-Keks. Aber ich glaub, dass sie meinen! die sind dann ungeduldig und dann kriegen die diesen Ja, diesen, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt irgendwas Ne. Wieso, wir haben doch alles getan und waren nicht genug fertig. Ja, die dürfen halt keinen Wutanfall kriegen von sich aus. Ach so, das heißt, ja, toll. So, also. Und was haben wir hier? Pop alle roten Blasen. Okay. Ja, dann. Dann machen wir einfach mal rote Blasen. Ja, aber, also, alle die, ähm, dann. Die roten Blasen. Ja, aber nicht nur. Nee, nee, klar, das steht ja dann da, was wir brauchen. Du wolltest die Anweisungen, dass die roten Blasen platzen. Okay, und die müssen wir egal, also müssen wir gucken, dass wir alle die auftauchen, auch. Immer wenn die, wenn die rote ist, dann... Weil wenn wir eine über... Dann war's das. Gut. Okay. 50 kleine, okay. Ja, das ist ja kein... Das ist ja kein... Was? Haben wir denn... Haben wir jetzt die 50 gepackt? Ja, 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 wir hatten die, glaub ich, die hatten... Den... Den... Den Mittler, oder? Dann haben wir das eben nicht gekriegt. Dann haben wir das eben nicht geschafft. Wie viel haben wir denn schon? Da müssen wir jetzt zu zweit drauf. Aber... Ja, 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 ja. Wieder. Komm. Eine große Blase platzen, hier drüben ist eine. Hier ist auch eine. Hier. Und da unten. Mach erst die rote. Ja, ich komm nicht hin. Mann, setz mich mit dem Arsch da drauf. Ja, mach ich doch. 20 Mittlerer. Haben wir jetzt? Ja, 50 kleine. Hast du eine rote nochmal gesehen gehabt? Ja, ich hab eben eine platzen lassen. So wie die da. 20 Mittlerer, aber Zeit ist um. Jetzt haben wir aber auch einen Punkt gekriegt. Ja, wir haben jetzt da. Das ist ja aber auch so ziemlich das Einfachste. Also, dass du halt immer guckst, dass du den roten. Genau. Und jetzt haben wir noch die Schneeballschlacht. Und jetzt haben wir noch die Schneeballschlacht, genau. Da unten. Halte sie alle Hut-Tragik-Küße davon ab, Schneebälle zu werfen. Okay. Schön. Das ist toll. Ich geh heim. Toll. Ganz ehrlich. Also, alles, das gut hat. Ja. Lass nochmal... Ja, okay. Nein, ich wollte eigentlich die Anleitung sehen. Wo bin ich eigentlich? Nein. Ich will nicht... Schon verkackt. Warte, wer... Ach, der rechte... Rechte... So. Trigger ist... Und dann... Oh... Okay, ich denk mal... Wie fangen wir jetzt nochmal an, oder? Können wir... Können wir dann nochmal anfangen. Soll ich gleich anfangen? Ja. Und dann, wenn wir das geschafft haben... Egal ob... Egal, ob wir da was... Da machen wir... Und dann machen wir Schlüsselbus. Okay. Also. Kann man sich dann noch angucken... Ob man... Wie viele brauchte man für das Rehentiergewalt? Ich glaub so zwei. Zwei für jede... Dings. Nein. Ich hab ihn getroffen. Ah, super. Wenn wir beide... Hat er gelaufen? Ja. Ich glaub schon. Ja, wir haben es verloren. Gut. Ja, ich denk mal... Wir machen jetzt. Eben hat sich da auch bei mir einer... Sozusagen ein anderer davor geworfen. Ich hätte den eigentlich getroffen. Und an sich läuft das ja... Das läuft sehr gut. Wenn man nicht... Immer daneben... Liegen würde. Okay. So, und jetzt gucken wir noch wegen dem Geweih. Genau. Okay. Fertig. So, ja. Dann schauen wir mal... Was war jetzt an... Ich glaub drei müssten wir haben. Ach, den haben wir jetzt... Aber jetzt, weil wir die Schneeballschlacht... Äh, Hüte war das, ne? Ja. War das weiter oben? Ne, das ist ganz unten. Ja. Damit man wenigstens einmal... Und wie viel hat das jetzt gekostet? Zwei von den... Und wir haben... Noch eine. Wow. Ja, gab's noch was? Achso, Schuhwerk, ne? Ja, ja. Macht man sich ja... Ja. Ah, wir haben jeweils... Sozusagen... Für jeden... Also jetzt hat jeder eins... Zumindest für mein Geweih und für die schicken Schuhe. Weil die sind richtig knuffig. Die sind cool, ja. Also... Ja, an sich macht das Spiel ja Spaß, also... Ja, natürlich, aber... Also für die... Also da musst du schon echt... Da waren diese Rennen... Hat man eher irgendwie... Aber ich find's süß, diese... Aber ich find's süß, diese... Diese Accessoires, die sind echt süß, ja. Wir haben jetzt auch schon lange kein Kiwi mehr gespielt. Das heißt, wir mussten jetzt dann auch im Prinzip erst wieder die ganzen Levels lernen und was da eigentlich passiert. Wie lange wir gebraucht haben, bis wir kapiert haben, dass wir in dem einen die dann wieder auseinanderschneiden müssen, die Worte, damit wir sie neu zusammensitzen können. Ähm, ja. Das ist... Ja. Aber... So sieht's aus. Wir haben zumindest ein paar von den... Äh... Herausforderungen... Ähm... Erledigen können. Und du hast dein Geweih. Ja. Gut. Aber... Dann war's das. Von hier, von dieser... Sonderübertragung. Ähm... Ja. Sonder... Da ich nicht so hundertprozentig genau weiß, wann das jetzt, ähm, online ist, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Falls noch nicht... Frohe Weihnachten. Dann frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Und, ähm, ja. Wer uns live sehen möchte, kann das gerne auf Twitch tun. Twitch.tv slash Kellebroth. Da gibt's auch einen Streamplan. Ähm, ansonsten empfiehlt es sich auch auf Twitter zu folgen. Da gibt's auch dann Infos entsprechend, äh, immer zu lesen. Ähm, ansonsten. Es darf natürlich gerne abonniert, ähm, und, äh, Glöckchen gedrückt werden. Sowohl hier auf YouTube als auch, äh, auf Twitch. Und, äh, ja. Das würde uns einfach freuen. Ja. Ansonsten, habt noch einen schönen Resttag. Bleibt gesund. Habt Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020